Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf mv1. Ich begrüße Sie heute aus der Hanson Universitätsstadt Rostock. Wir dürfen hier zu Gast sein bei den Stadtwerken Rostock und zwar mir gegenüber sitzt Ute Römer, Mitglied des Vorstandes der Stadtwerke Rostock noch bis zum 31. Dezember 2023. Frau Römer, dann scheiden Sie aus und wir haben uns hier noch mal zu einem kleinen Bilanzgespräch verabredet, wenn man so will, weil wir sehr lange auch miteinander zusammengearbeitet haben. Und wir haben uns nicht umsonst vor dieses Bild gesetzt, Frau Römer, sondern dieses Bild ist auch ein bisschen, wenn man so will, das Lebenswerk oder Arbeitswerk auch mit von Ihnen, auch mit Ihr Verdienst, an dem Sie auch mitgearbeitet haben. Frau Römer, Sie gehen jetzt in den Ruhestand. Wie fühlen Sie sich da? Ja, nach 47 Jahren in der Energieversorgung und vielen, vielen verschiedenen Tätigkeiten, die ich hatte, habe mit vielen tollen Menschen zusammengearbeitet. Ich fühle mich gut, weil ich auf das, was in der Vergangenheit war, sehr gelassen und auch stolz zurückblicke. Ja, die Stadtwerke Rostock sind ein zentrales Unternehmen für die Daseinsvorsorge, also für all das, was wichtig ist für die Menschen, nicht für alles, aber sozusagen, sie machen Energie natürlich, sie sorgen für Energie und Wärme. Das sind zwei ganz wichtige, natürlich wissen wir alle, zwei ganz wichtige Faktoren. Was sind die aktuellen Herausforderungen? Sie hatten ja in den letzten Jahren ja mit Multiple-Krisen, mit vielen Krisen, hat man immer gesagt, zu kämpfen auch. Ja, wir haben eine ganze Reihe aktueller Herausforderungen, um unsere Kundinnen und Kunden alle, ich sag mal, wie gewohnt letzten Endes sicher mit Wärme, Erdgas und Strom zu versorgen. Wir haben, ich sag mal, die Herausforderungen bei der Corona-Krise gehabt. Wir haben seit einiger Zeit eine Gasmangellage durch den Ukraine-Krieg ausgelöst, letzten Endes, wo wir nicht immer wussten, kriegen wir genügend Erdgas, um die Kunden entsprechend mit Gas zu versorgen und um unsere Wärme hier für die Hansestadt Rostock herstellen zu können. Wir haben dann, ich sag mal, herausfordernd ist für uns auch das ganze Thema Energiewende. Also das, was wir dort als Aufgabe für unsere Gesellschaft bekommen haben, ist schon eine Riesenherausforderung, weil wir innerhalb einer relativ kurzen Zeit für uns als Energieversorger hier einen Umstieg auf klimaneutrale Energiearten vollziehen müssen. Und dazu gehören eine ganze Reihe von Investitionen, die es auch noch, ich sag mal, zu planen gilt und entsprechend dann auch umzusetzen. Ja, wir können es an dem Bild so ein bisschen ablesen, was die Herausforderungen auch sind und wie sich natürlich die Stadtwerke Rostock auch diesen Herausforderungen stellen. Das heißt, Sie haben hier zum Beispiel Ihr Gaskraftwerk modernisiert. Das ist ein äußerst effektives, wie sagt man, wie sagt man in der Fachsprache, wo Kraft-Wärme-Kopplung stattfindet. Wir können gleichzeitig Strom und Wärme produzieren. Genau. Wir haben hier am Standort, dieses Kraftwerk ist 1996 in Betrieb gegangen und war für viele Jahre geplant. Und wir haben in den Jahren 2015, 2016 und 2017 unsere drei Gasturbinen, jedes Jahr eine, erneuert, genauso wie Sie gesagt haben, auf den neuesten Stand gebracht. Auch mit dem Hersteller gemeinsam jede, ich sag mal, Emissionsart, die eben auch bei so einem Produktionsprozess für Strom und Wärme entsteht, wirklich auf einen Tiefstand zu bringen. Und somit haben wir hier die modernste Technik, die uns auch ermöglicht, die Gasturbinen in einer großen Bandbreite zu fahren. Also wir können bis 25 Prozent runterfahren, sodass wir auch flexibel auf viele Dinge, die sicherlich auch in der Zukunft noch kommen werden, reagieren können. Das war der erste Schritt. Und dann haben wir uns schon auch damit beschäftigt, wie können wir unsere Energieversorgung insgesamt in einen Transformationspfad legen, der uns, so ist im Moment ja auch noch der Beschluss der Bürgerschaft 2035, die Klimaneutralität, dass wir die erreichen können. Wobei wir schon jetzt sehen, dass das wahnsinnig herausfordernd wird, aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen auch. Und vielleicht muss man da auch noch mal ins Gespräch gehen, diese Zeit noch ein bisschen nach hinten zu schieben. Auf alle Fälle haben wir einen Transformationspfad für die Erzeugung, wo wir begonnen haben, jetzt mit dem Speicher, den Sie ja hier sehen. Das sind die ersten beiden wirklich geschaffenen Investitionen, die der weitere Schritt zur Energiewende ist. Dieser Wärmespeicher ist ja nicht zu übersehen in Rostock, ist ja wirklich ein Turm. Also wenn man auf der EO unterwegs ist, ist ja nicht zu übersehen. Natürlich hier drauf. Und dann eine Power-to-Heat-Anlage. Power-to-Heat, das heißt ja, dort wird Strom direkt in Wärme umgewandelt. Und was ist das für Strom, der im Idealfall da umgewandelt wird oder der auch im Idealfall natürlich dafür sorgt, dass der Wärmespeicher warm ist? Das ist eben das Besondere. Das ist erneuerbarer Strom. Das ist in der Regel, soll das der Strom sein, wenn die Netze hier in Mecklenburg-Vorpommern voll sind mit Windstrom und mit Solarstrom, dann passiert es, dass der Netzbetreiber diese erneuerbaren Anlagen, also das Windrad oder die Solaranlage abschalten muss. Und damit das nicht passieren muss, machen wir dort Wärme draus in dieser Anlage. Das kann man sich eben vorstellen wie so ein riesengroßer Tauchsieder, der praktisch aus Strom direkt Wärme erzeugt. Photovoltaik ist auch schon längst ein Thema für die Stadtwerke. Auch da gibt es eine Anlage auf dem ehemaligen Gaskraftwerk. In der Stadt ist das ja direkt. Ja, das ist das Gelände des ehemaligen Gaswerkes, wo früher Kohleaufspaltung, also wo unser Stadtgas hergestellt worden ist. Und wir haben ja nach der Wende dieses Gelände dort sehr, sehr aufwändig erneuert und saniert. Und wir wollten es als Energiestandort auch erhalten und haben dann, das sieht man hier unten, diese große Photovoltaikanlage gebaut. Sind da noch weitere Bauten in Planung? Es sind noch weitere Bauten in Planung. Wir sind jetzt mit verschiedenen Geschäftspartnern im Gespräch. Man braucht ja immer entsprechende Kunststücke dafür und man braucht, ich sag mal, auch entsprechende Anbindungen, wo wir vielleicht hier in unserer näheren Umgebung eine Möglichkeit haben, uns in so ein Projekt mit einzukaufen. Wir sind aber als Stadtwerke auch bei den Landwerken Mecklenburg-Vorpommern investiert, wo sich mehrere Stadtwerke in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetan haben, sich um, ich sag mal, solche Anlagen auch im Land Mecklenburg-Vorpommern zu bauen. Wovon dann die Rostocker, beziehungsweise die Menschen hier in der Region auch profitieren? Ja, auf alle Fälle. Gut. Sie haben die Stadtwerke jetzt über Jahre als Vorstand auch zusammen mit Oliver Brünnig geleitet. Wie teilt man sich da die Aufgaben? Ja gut. Zuerst einmal ist es wichtig aus meiner Perspektive, dass man möglichst das Unternehmen gemeinsam führt. Das haben wir auch getan. Wir, glaube ich, haben in den letzten Jahren die Stadtwerke auf die Zukunft vorbereitet. Und das sind zehn erfolgreiche Jahre gewesen, auch wenn sie teilweise sehr anstrengend waren. Ansonsten hat natürlich jeder Vorstand seinen Vorstandsbereich. Bei mir gehören im Prinzip dazu die Bereiche Kundenlösung, Transformation, smarte Region und IT- und Stadtwerke-Service. Wenn Sie jetzt zurückschauen, Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind stolz auf das Erreichte. Was ist es, was Sie hier mit den Stadtwerken auch erreicht haben? Sie haben es schon beschrieben natürlich, Sie sind mittendrin im Transformationsprozess, aber es gibt ja auch immer so eine menschliche Ebene. Ja, wir sind im Transformationsprozess. Wir haben also zwei Jahre daran gearbeitet, was müssen wir denn tun, um uns für die Zukunft gut aufzustellen. Wir sind begonnen, unsere Unternehmensstrategie zu erstellen, haben ein Strategiehaus gebaut, haben die Themen herausgearbeitet, die für uns für die Zukunft wichtig sind, die auch für die Region, für die Menschen hier wichtig sind und natürlich auch für unsere eigenen Kollegen und Kollegen. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das heißt also, der Schwerpunkt dieses Projektes war, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und diese Organisation haben wir zum Januar 2023 in Kraft gesetzt und daran arbeiten wir momentan noch, weil unsere Vorstellung auch war, die Kolleginnen und Kollegen mit einzubinden und sie mitgestalten zu lassen, wie die zukünftige Entwicklung ist. Weil wir sehen ja das, was politisch auch auf uns zukommt, gerade auf die Energieversorgung, und ich glaube auch auf die gesamte Gesellschaft, wird uns dazu zwingen, uns ständig immer zu hinterfragen und Organisation entsprechend anzupassen. Kann man das so sagen? Sie haben auch erreicht, dass die Stadtwerke in den letzten Jahren noch mal sichtbarer geworden sind, auch in der Stadt, auch im politischen Raum. Ja, wir haben die, das war mit eines unserer ersten Projekte, unsere ganze Kommunikation neu aufgestellt. Wir haben ein neues Logo, was Sie ja da oben sehen, dort kreiert. Haben darauf auch, ich sag mal, eine Kommunikationsstrategie aufgebaut, die sowohl nach außen uns sichtbarer macht und auch zeigt, woran wir arbeiten. Das sieht man ja sehr schön an unserem Big Picture, was in diesem Zusammenhang auch mit entstanden ist. Um auch die Möglichkeit zu haben, bestimmte Dinge auch eben an Bildern zu erläutern. Und wir haben auch sehr darauf geachtet, dass wir die interne Kommunikation, also auch unsere Kolleginnen und Kollegen, immer auf den neuesten Stand zu halten möglichst mit all den Informationen, die für unser Unternehmen, für unsere Kunden und für unser Umfeld, unsere Geschäftspartner, unsere Aktionäre wichtig sind, da auch entsprechend zu informieren. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, weil es natürlich zeigt, wie man auf einfache Art natürlich auch etwas erklären kann. Wir wissen, dass das alles komplizierte Prozesse sind, aber wir müssen es ja auch verstehen können draußen. Das ist ja auch unsere Aufgabe, wenn man so will, als Fernsehen, das ein Stück weit zu übersetzen als Medium. Aber hier kann man das sehr gut nachvollziehen. Fragen die Menschen nach, was sie vorhaben an Stadtwerken? Ja, natürlich fragen sie nach. Also wir haben sicherlich mit unterschiedlicher Intensität. Wir haben Kunden, das sind unsere größten Kunden, die Wohnungswirtschaft hier am Standort. Und auch außerhalb. Wir sind ja auch aktiv in Doberanen, Kühlungsborn und Kralmüritz. Dort haben wir intensive Gespräche mit der Wohnungswirtschaft. Auf die kommt ja auch eine ganze Menge zu. Auf der anderen Seite dann, wenn man das mal so sagen darf, was die Gebäudeeffizienz betrifft in der Zukunft. Wir haben aus dem politischen Raum ganz viele Fragen. Und wir haben natürlich auch von unseren Kundinnen und Kunden am Servicetelefon vielenfach die Frage, wie das alles weitergeht. Auch wie wir die Zukunft einschätzen. Und da spielt natürlich auch die Preiswürdigkeit unserer Angebote und unserer Dienstleistung eine große Rolle dabei. Sie konnten ja in den letzten Jahren auch immer den Preis einigermaßen stabil halten, weil Sie immer langfristig vorgesorgt haben auch. Ja, wir haben unterschiedliche Beschaffungsstrategien. Also an der Stelle müssen wir sagen, dass es eine sehr gute Entscheidung war, einen eigenen Energiehandel hier zu gründen. Was wir 2004, ich sag mal, entschieden haben und beginnend 2005 aufgebaut haben. Und insofern haben wir dort eine sehr gute Expertise, um, ich sag mal, die Energiebeschaffung am Großhandelsmarkt hier möglichst auch so zu organisieren, dass wir unseren Kunden und Kunden gute Preise anbieten können. Komplexe Aufgaben bei den Stadtwerken. Man hat das ja nochmal vereinfacht. Worauf sind Sie besonders stolz? Ja, stolz bin ich auf das gesamte Unternehmen, auf die Menschen, die hier arbeiten, die sich mit einbringen. Und ja, das, was wir geschaffen haben letztendlich. Man sieht es hier irgendwo ein bisschen. Wir sind das Unternehmen, was man vielleicht in gewisser Weise auch so ein bisschen mit einem Herz vergleichen kann, das Herz der Stadt. Wir pumpen Energie im Prinzip in die Stadt. Und dass uns das immer so gelungen ist, auch in der Vergangenheit, alle zu versorgen, das ist das, was mich am meisten stolz macht. Und die Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, die eben auch in den verschiedensten Bereichen dafür sorgen, im Kraftwerk, im Netz, in den Leitstellen, in unseren Kundenzentren, im Callcenter, überall. Jeder ist hier an der Stelle wichtig und ich glaube, dass dieser Zusammenhalt da ist. Darauf bin ich sehr stolz. Es gibt Projekte in der Stadt, die wären ohne Stadtwerke nicht möglich gewesen. Das sind teilweise natürlich Arbeit von Vereinen, von Institutionen, wie auch immer, die in der Stadt wirken, aber auch so etwas wie die Lichtwoche hier in Rostock. Auch für die Region eine ganz wichtige Veranstaltung, wo man mit den Kindern sozusagen im dunklen November, im trüben November, wenn man so will, ein freundliches Licht gesetzt hat. Wie wichtig war diese Arbeit für Sie? Also die Lichtwoche ist natürlich im Laufe der vielen Jahre jetzt eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung geworden. Und wir haben das jetzt während der Corona-Zeit und auch im vergangenen Jahr, also 2022, wo wir aus anderen Gründen im Prinzip die Lichtwoche nicht so durchführen konnten wie bisher, festgestellt, dass auch die Menschen sich schon darauf freuen, in der dunklen Jahreszeit im November so ein bisschen durch die Lichtinstallation, durch das, was wir dort veranstalten, etwas Wärme und positive Energie in die Stadt gebracht wird. Und das nehmen die Menschen sehr gerne auf. Ein anderes Herzensprojekt von Ihnen, wo wir Sie auch immer wieder getroffen haben, war die JARO Young Academy Rostock, wo junge Musiker, sozusagen begabte Musiker, wenn man so will, gecoacht werden, nochmal an die Musik, an die Leistungsmusik auch herangeführt werden. Wie wichtig war dieses Projekt und was haben Sie damit auch natürlich auch erreicht? Also die JARO ist natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges Projekt, weil sie an vielen Veranstaltungen auch bei uns mit eingebunden ist. Wir haben eine direkte Veranstaltungsreihe mit der JARO ja kreiert. Also das ist die Veranstaltung Klänge für Generationen. Das sind im Jahr vier Konzerte, die wir gemeinsam bestreiten. Das ist einmal Schüler musizieren für Schüler. Da gehen wir in Schulen hier in Rostock oder in unserem Versorgungsgebiet. Also wir waren auch schon in Doberan. Da musizieren die jungen JARO-Künstlerinnen und Künstler für Schüler, gleichaltrige Schüler, was sehr spannend ist. Dann haben wir Klassik im Kraftwerk, wo wir ein Konzert, wo die Schüler ein Konzert geben, was in einer ganz besonderen Atmosphäre stattfindet. Dann haben wir Schüler musizieren für Senioren, wo wir in Seniorenheim gehen und den Senioren und Senioren dort einen schönen Nachmittag gestalten. Und da haben wir auch schon die tollsten Erlebnisse gehabt und die Freude. Und in den Augen der Menschen zu sehen, ist wirklich was Tolles. Und dann das Benefizkonzert zur Lichtwoche, wo die Eintrittsgelder dann entsprechend einem Verein auch gespendet werden. Die Stadtwerke unterstützen dann auch natürlich ganz stark den Sport in der Region. Natürlich, was ist Ihnen da wichtig? Wo legen Sie da einen Fokus drauf? Also insgesamt ist es so, dass wir bei unseren Sponsoring-Aktivitäten sehr darauf achten, dass wir junge Menschen fördern. Also wir haben deshalb ja auch die Yahoo zum Beispiel und wir sind bei der Hansa-Akademie im Prinzip auch mit Hauptsponsor gewesen. Und wir haben uns insbesondere auch dann den Sportvereinen gewidmet, die viel auch Kinder- und Jugendsport machen. Und da können wir Handball nennen und da können wir auch die Seawools nennen, die ja auch, ich sag mal, sehr viel für Kinder tun. Aber wir gehen natürlich auch in die Breite überall dort, wo Menschen sich für andere Menschen engagieren, wo soziale Projekte durchgeführt werden. Und da möchten wir auch, ich sag mal, der Gesellschaft eine Unterstützung geben, weil das aus unserer Einschätzung sehr, sehr wichtig ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft hier auch in unserer Stadt. Nun wissen wir ja, dass ja Ruhestand eher Unruhestand ist, wenn man so will. Und wir hatten im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, da hatten Sie gesagt, okay, Sie wollen aktiv bleiben, auch in bestimmten Projekten. Wo wird man Ute Römer treffen? Oh ja, da muss man gucken. An einigen Dingen bin ich ja engagiert. Also man wird mich mit Sicherheit bei Konzerten der Jaro treffen. Dann bin ich engagiert im Förderverein für das Theater hier in Rostock. Ich engagiere nämlich bei Empor. Ich bin Mentorin für junge Führungskräfte, also insbesondere in so einem geförderten Netzwerk, beim Bildungswerk der Wirtschaft für junge Frauen. Da werde ich sicherlich auch meine Erfahrungen noch weitergeben. Und dann habe ich Familie und meine fünf Enkelkinder, die freuen sich auch schon darauf, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Frau Römer, vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder, wenn es hier heißt, wieder Interview der Woche auf MV1.